Thymian-Öl Thymian-Öl ist das ätherische Öl, gewonnen aus dem echten Thymian, der auch genannt wird Thymus vulgaris. Thymian-Öl wird eben gewonnen durch die Wasserdampfdestillation der blühenden Spitzen. Thymian-Öl kann man zum einen verwenden in der Küche, es gibt Menschen, die ganz gerne Würzöle verwenden, gerade mit den mediterranen Kräutern kann man das ganz gut machen, denn mit den Ölen ist das mit der Dosierung leichter. Man kann auch Thymian-Öl verwenden in der Duftlampe, das wirkt das würzig und stechend und man kann auch sagen, dass Thymian-Öl kräftigend ist als Duft im Raum. Thymian-Öl kannst du auch in der Duftlampe verwenden zur Vorbeugung und auch zur Heilung bei einfachen Erkältungen. Thymian hat ja eine sogenannte spasmolytische Wirkung, also krampflösend und auch einen broncholytischen Effekt, also hilft, dass die Bronchien besser letztlich abheilen können und dass letztlich auch die Schleime in den Bronchien leichter nach oben transportiert werden. Thymian hat auch leicht antibakterielle Wirkung und auch das kann man im Thymian-Öl verwenden. Thymian-Öl kann man auch nutzen, zum Beispiel für die Inhalation, wenn Du zum Beispiel Erkältung hast, egal ob Schnupfen, Heiserkeit oder Husten, dann kannst Du ein paar Tropfen Thymian-Öl in heißes Wasser hineingeben und vielleicht kurz warten und dann inhalieren. Statt Thymian-Öl kannst Du natürlich auch frische Thymian-Pflanze nehmen. Das hat eine einfach zu dosierende Wirkung und ist vielleicht nicht so stark und reizend wie Thymian-Öl. Aber ich kenne eine Reihe von Menschen, die sagen, dass die Inhalation mit Thymian-Öl bei der Erkältung Wunder wirkt. Natürlich, das sollten alles nur Anregungen sein. Wenn Du krank bist, dann solltest Du Arzt oder Heilpraktiker konsultieren und alle Aussagen, die Du hier in diesen Videos und Audios bekommst, sollen Dir nur Anregungen geben, was Du mit Arzt oder Heilpraktiker besprechen sollst oder könntest. Ja, welche Erfahrungen hast Du mit Thymian oder Thymian-Öl, Thymian-Bad, Thymian-Tee? Schreib doch etwas in die Kommentare und lass andere davon wissen. Und ich freue mich natürlich auch über Daumen hoch, auch über Daumen niedrig und je nachdem, ob Dir dieser Text gefallen hat.